Es freut mich, euch hier auf WatchMeTV zu begrüssen. Heute ist ein ganz spezieller Tag, nämlich die Erotikmesse Amor aus der Bundeshauptstadt ist eröffnet. Wir haben uns das natürlich nicht entgehen lassen und ich bin mit meinem Kamerateam für euch so hautnah wie möglich zu schauen, was es denn alles so hat. Wir sind heute am ersten Barstreet Festival in Bern live dabei, für die erotische Highlights gesorgt. Vorwerklich schon mal ein paar Tipps für euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst WatchMeTV. Wir rutschen zusammen und heben den Brick um die Nacht. Tschüss. Das war heute wieder ein super Event und ich hoffe auch ihr habt Spass beim Zuschauen. Jetzt noch die TVD News. Ja, wir sind leider schon wieder am Schluss dieser Sendung angelangt. Ich hoffe es hat euch auch so gefallen wie mir. Wir wollen doch einfach sagen, nächstes Jahr ist auch noch die Parade. Kommen doch einfach vorbei. Jetzt aber noch die TVD News. Das wäre es gewesen. Ich wünsche euch eine heisse Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.